Hallo, Willkommen zurück bei Titan Quest. Wir sind hier in Megara, haben hier diverse Quests schon angenommen und gehen wieder aus der Stadt raus und gucken wir, wenn man alles auf die Map schlagen müsse. Für die Quests. Der schmeißt auch wieder mit Dreck. Unglaublich. Und das ist schon die Stadtmauer. Oh oh. Da hab ich schon mal einen hohen Nude. Nudem sind wir jetzt dran an einer Qualitätsdrohe. Ist ja wohl ein Witz, oder? Komm, komm, komm. Ey, 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 ey. Hm. Komm, 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 komm. Zwei Stück. Ja, 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 ja. Komm. Zwei Stück. Oh oh. Okay. So, unsere Energie ist wieder ziemlich ohne. Was ist denn das hier? Zombie-Soldat. Ei, 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 ei. Also hier ist die Minade, ihr kleines Revier. Ne, scheinbar nicht. Oh, was ist das? Zauberin. Huhu. Ich hab doch keine Energie. Genau, komm, du mal her. So. Wunderbar, wunderbar. So, gucken, bis wir wieder über 300 haben. Dann ziehen wir wieder einer. Na, hauen, hauen. Moment, warte mal. Ich will mir grad gucken. Kriege ich beim Händler überhaupt Teiltränke? Das hätte mich mal interessiert. Äh, Arkanist, Waffen, Schmied, Arkanist. Pferd und Schild sind nicht dein Stil. Ich denke, dass du hier fündig wirst. So. Ah, einfacher Gesundheitstrank. So, ich will zornen. So, genau. Können wir auch kaufen. Oh, sehr schön. Ja, einen guten Tag noch. Ich weiß nicht, wie ist das, was ich mit dem Geld anfange, das ich immer aufsammle. Ja, da können wir auch kaufen in der Innenwerfer. Ja. Da muss ich schon kauf dran. Komm. Zwei Zauberer. Uiuiui. hallo wandert euch viel aus so ist es fein dann kommt hierher oh ha hallo das und fack hauptmann was nein ok der hat jetzt nicht viel ausgehauen ausgehallt aber irgendwie hat er uns gut was drin gedrückt so was ist das hier oh puh oh Zombies neuner neuner so ziehen wir neuner Heiltrank können wir dem noch ein paar auf die Map geben so gucken wir euner an mal Cliffdiving machen so Moment ah du kommst das ist schon wohl gut da kommt auch noch einer da kommt auch noch einer oh so passt das ist doch noch hingeschmissen hat alles gut gut das haushansa angesteckt das ist net so neilig net genau genau sehr schmitte hier näher kommen da ist da ist das ist so Ich wieder werfe auch wieder mit Dreck, unglaublich. So, das war das Haus hier, das steht hier noch, das ist gut, hier ist alles gut, oh, da ist aber was nicht gut, boah, Schufte, ich stecke sie gerade das Haus hier frisch an. Ich muss wieder sagen, das sieht alles noch sehr, sehr schnuckelig aus hier, richtig gut gemacht, die Grafik, oh fuck, das war da die falsche Taste, so, Essenz von Dings, Sturm drauf, also so Bogen, dann brauche ich eigentlich nicht, haben wir mal irgendwas interessantes hier gefunden, kann nur Schilde verzaubern, Schilde erweitern. 9% Lebenskraftschadenswiderstand. Schildblock, haben wir das da schon, ja, das haben wir schon erweitert. Das auch, hm, dann warte mal halt noch ein bisschen, bisschen was Neues kriegen, äh, das ist ja schon mal hier auf the card gucke, ja, das ist schon mal okay, oh, neues Gebiet, Keratawald, Keratawald, Schrein der Dornen, ja, wieso eigentlich nicht, oh, oh, ich sehe schon. Spinne, unglaublich. Oh, 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 da ist was, deine Essenz, gerne. So, was haben wir dann hier schönes? Es war ein wilder Kampf, Bestien und Menschen, verstehst du. Dann kam ein Riesenzyklob, knurrend und brüllend und er zerschmetterte die Brücke. Wir arbeiten hart, aber es wird Tage dauern, bis die Straße nach Athen wieder frei ist. Okay, dann können wir hier wohl nicht weiter. Dann müssen wir erstmal die Karten der Anna Richtung ein bisschen aufdecken. Ich denke. Oh. 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 Gut, hier sind wir da. Vögel. Oh. 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 Los. Genau. Oh, ich weiß jetzt. Okay, gucken wir mal, was hier oben ist. Wenn du da hast, was ein paar HP. Okay. Guck mal. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Was ist das hier? Alt E. Lois. Ach, das ist doch das Ding, wo man hin sollte. Die komische Untode-Prinzessin. Oh. Dann haben wir jetzt alles. Ja. Jo. Genau. Dann müssen wir jetzt wohl. Dort aufrennen. Na ja, man hätte noch immer kleine Bereiche mit einer Harp hier. Was ist das für einer? Na da. Uh, nein. Können wir nicht irgendwie ein paar rausziehen? Hier. Zum Beispiel dich. Und dich. Uh. Auf der Bund habe ich das nicht gerechnet, dass hier noch Spinnen sind. Ich sehe noch irgendwas Getier. Oh, das ist ein neuer Apropospinner. Ah, die, 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 die. Dann, werfen wir nochmal dran, würde ich sagen. Dann gehen wir gerade die Richtung weiter. na gut das war jetzt der bereich in den haupten vermutlich das war das punkt wie auch nicht unglaublich ok komm 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 du noch her interessant interessant hier oben geht es auch weiter ich habe mich gar nicht sehen aber ein Achso, das ist jetzt schon dieser komische Bereich da. So, jetzt können wir uns erstmal die Truhe angucken würde ich sagen. Okay, dann bleibt nur noch dieser Bereich. Guck gerade auf die Uhr, ich würde sagen wir sind hier gerade so schneller Bereich gesäubert. Mal hier kleiner Cut, mal beim nächsten Mal dann weiter, bis dahin dann, bye bye.